Das Yoga Sutra des Patanjali Patanjali ist einer der ganz großen Yogameister. Er lebte vor etwa 2000 Jahren. Und er schrieb einen Leitfaden zum Yoga, eben das Yoga Sutra. Sutra heißt Faden, wir können es im Deutschen übersetzen als Leitfaden. Yoga Sutra, der Leitfaden des Yoga. Und Patanjali, Anjali heißt auch Hingabe und Darbringung. Also Patanjali ist jemand, der sein Leben der Verbreitung des Yoga dargebracht hat. Das Yoga Sutra des Patanjali hat 196 Merk-Phase, Aphorismen genannt. Und in diesen 196 Phasen ist die ganze Weisheit des Raja-Yoga enthalten. Die 196 Phasen aus dem Yoga Sutra von Patanjali sind gegliedert in vier Kapitel. Das erste Kapitel heißt Samadhi-Pada, der Weg zu Samadhi zum Überbewusstsein, oft auch übersetzt Theorie des Geistes. Das zweite Kapitel nennt sich Sadhana-Pada, das heißt die Übung des Yoga. Sadhana ist die Übung. Das dritte Kapitel nennt sich Vibhuti-Yoga, das man könnte sagen, Erfahrungen auf dem spirituellen Weg. Man könnte auch sagen, kultiviere Deine geistigen Kräfte. Das vierte Kapitel nennt sich Kaivalya-Pada, das heißt das Kapitel über die Befreiung, über die Erleuchtung. Das Yoga Sutra beschreibt insbesondere den Raja-Yoga, den Yoga der Psychologie und der Selbstbeherrschung. Im Raja-Yoga fließen aber auch die anderen Yogas ein, wie Bhakti-Yoga als Ishvara-Pranidhana, Hingabe an Gott. Jnana-Yoga als Vatyaya-Selbststudium, wie auch als Viveka-Khyati, die Einstellung dauernder Unterscheidungskraft. Es fließt Karma-Yoga ein, insbesondere gibt es viele Verse über Maitri, Mitgefühl und tätige Nächstenliebe. Es fließt Kundalini-Yoga ein, in dem öfters über die Energien gesprochen wird, über Tapas, über Pranayama. Es fließt Hatha-Yoga ein, weil dort auch auf Pranayama Bezug genommen wird und verschiedene Yoga-Übungen. In diesem Sinne ist die des Yoga Sutra zwar schwergewichtig auf Raja-Yoga, aber es bezieht die anderen Yoga-Wege mit ein, mit dem Ziel letztlich des Wohlbefindens und zur Erleuchtung. Patanjali erwähnt im ersten Kapitel die verschiedenen Schwierigkeiten, die Menschen haben können. Er erwähnt dort unter anderem Unruhe, Ängste und Getriebenheit. Er erwähnt Depressivität, Sinnlosigkeit, Müdigkeit, Antriebslosigkeit. Und er erwähnt körperliche und psychische Krankheiten. Er gibt einige Techniken, wie man darüber hinaus wachsen kann, wie du Unruhe, Ängste und so weiter überwinden kannst, wie du aus Depressivität, Niedergeschlagenheit, Sinnlosigkeit herauskommen kannst. Er rät dir zu einem ethischen Leben mit den sogenannten Yamas, also Ahimsa, nicht verletzten, Satya, Wahrhaftigkeit, Astea, nicht stehlen, Brahmacharya, Vermeidung sexuellen Fehlverhaltens, Aparigraha, Unbestechlichkeit. Patanjali will dir einen Sinn des Lebens geben. Er sagt, das Leben ist letztlich eine Schule, Schicksal ist eine Chance. Was auf dich zukommt, ist deshalb da, damit du daran wächst. Nimm die Lektionen des Alltags an. Patanjali gibt eine Menge von geistigen Übungen. Er beschreibt insbesondere die Ashtangas, eben auch Asana, Körperübung, Pranayama, Atemübung, Pratyahara, Bewusstseinsübung, Dharana, Konzentration, Dhyana, Meditation. Er gibt Techniken, die zu Samadhi führen können. Patanjali erwähnt auch, entwickle deine geistigen Kräfte, nutze deine Psyche, lerne deine Psyche kennen. Und schließlich sagt er, überwinde das Ego, überwinde Identifikation und erfahre dich selbst als reines Selbst, eins mit der Weltenseele. Erleuchtung ist das, was dich glücklich macht. Das sind so im Wesentlichen die Grundzüge des Yoga Sutra von Patanjali. Ich habe ja auch ein Buch geschrieben, das Yoga Sutra von Patanjali für Menschen von heute, wo ich jeden Vers so kommentiert habe, dass westliche Aspiranten dieses nehmen können, als Grundlage einer spirituellen Lebensweise im Alltag. Auf unseren Internetseiten findest du auch das vollständige Yoga Sutra, Devanagari und dann auch in der Transliteration auf Sanskrit, in der Übersetzung auch Rezitation, sodass du den Sanskrit-Pferse hören kannst, und dann auch als Podcast, das heißt, du kannst die einzelnen Verse auch anhören, als Inspiration des Tages. Alles zu finden unter schriften.yoga-vidya.de und dann kannst du draufklicken auf Patanjali Yoga Sutra.